Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Wieder am wunderschönen Sonnenaufgang, Untergang, weiß ich jetzt nicht. Ich bin einfach, ich war so frech und bin einfach von hier nach hier oben gestiefelt. Nur wegen dem tollen Ausblick. Und da war eine Kiste mit einem Halt rein, was super gut war. Hm. Na dann fängt die Flüchtlingsmuseum. Dann fängt die Folge mit einer Ding an. Warte, warte. Meinst du mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Meinst du? Nee, das... Ah, hier unten. Sorry. Ja, genau. Flüchtlingsmuseum. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. So. Also Museum für Klimaflüchtlinge in London eröffnet. London 8. Mai 2060. Also drei Jahre früher als diese ganze... die ganzen letzten Dinger. Der gefeierte Dichter und Umweltaktivist Diego Abella konnte heute bei seiner Rede vor dem neuen eröffneten Gedenkmuseum für Klimaflüchtlinge in London die Tränen für nur schwer zurückhalten. Ich war 19 Jahre alt, als 2033 die Wellen anrollten und die Azoren verschluckte, sagte Abella. Die Wellen verschlangen mein Zuhause. Die nächsten zehn Jahre meines Lebens verbrachte ich hinter den Mauern von Tamismet... ...den Mauern der Tamismet-Einrichtung für Notfallumsiedlungen. Tagsüber hatten wir Hunger, nachts war es kalt und es war ein dauernder Kampf gegen die Verachtung, die Abscheu und die Misshandlung durch diejenigen, die sich eigentlich um uns kümmern sollten. Danach brachte Abella die immer noch umstrittene Polizeieinsätze im Jahre 2038 zur Sprache im Tamismet auf... Irgendwie so Aufstand um es äh und es war ein Aufstand und keine Randale. Äh, wie eure Holo-Seiten immer noch behaupteten, habe ich gesehen, wie Männer und Frauen von Stiefelabsatz... Oh, okay, wie Männer und Frauen vom Stiefelabsatz einer in Panik geratenen Machtstruktur zerquetscht wurden. Freunde, Geliebte, ich sah sie sterben. Meine Erfahrung ist kein Einzelfall. Es gab tausende Tames mit. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser dunkle Moment in der Geschichte unserer Spezies zu einer unwichtigen Fußnote verkommt. Die Premierministerin Großbritanniens der Partei Zweite Chance, Sally Beauvais, war unter den ersten, die das neue Museum besichtigten. Unsere Nation braucht dieses Museum. Was Klimaflüchtlinge... Was Klimaflüchtlinge erleiden mussten, war wirklich schlimm. Sie haben ein Museum aus Stein und Mörtel verdient, sodass wir einen fassbaren Ort haben, der an sie erinnert und damit wir durch diese Gedenken eine schönere Welt erschaffen können als die, die wir zuvor hatten oder waren. Im Gegensatz dazu steht der Oppositionskandidat der zweite Chance gegen faire Chance Partei, Nigel Cairns Bailey, dem Museum und seinen Sprecher extrem kritisch gegenüber. Mehr als eine Milliarde Menschen empfehlen, den großen Sterben zu Opfer. Dank der Großzügigkeit Großbritanniens, unserer Großzügigkeit, hat Diego Abella überlebt. Wenn es ihm so zuwider ist, dass wir sein Leben gerettet und ihm ein Jahrzehntelang eine Zuflucht geboten hatten, schlage ich ihm vor, zur Temse zu gehen und hinein zu sprengen. So, was ist das denn für ein? Zum Ertrinken ist es nie zu spät. Tatsächlich ist es so, dass ich bla 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 Daten beschädigt. Okay, also, ähm, ja. Die einen sagen so, ja, wir müssen dran... Genau, ähm, die einen sagen so, ja, ähm, 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 wir müssen dran denken, äh, was für schlimme Zeiten das waren, deswegen, also, um das halt nicht wiederzumachen. Und die anderen sagen so, ja, der soll froh sein, dass er überlebt hat und, ja, ähm, wenn nicht, dann, dann stimmt doch. Oh, so manche Menschen, ne? Das krasse ist, dass sie das ernst meinen. Und es sei momentan keine intakte Seen. Okay, wer lässt hier Pfeilreste liegen? Also, vor allen Dingen, also, Federn okay, schafft er okay, die, die kann man immer neu machen, aber, aber Pfeilspitzen? Das ist, äh, sehr, sehr seltsam. Warte, hab ich alles? Eigentlich schon, ne? Versuche den Bogen. Achso, und die hab ich noch. Achso. Niemand hätte ihn freiwillig zurückgelassen. Sona hat Verluste hinnehmen müssen. Mhm. Es war sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiterzumachen. Achso. Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Natürlich nicht. Das könnte eine Blutspur sein, der ich folgen kann. Ich sollte meinen Fokus einsetzen. Drücke R, wenn sich der Zielmarker überhält, um es hier zu markieren. Anscheinend muss ich G drücken und nicht R. Spuren, Stiefel und Blut. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg. Und das halt, und diese Strecke mit Verwundeten. Schon krass. Oh. Bisschen verdorben, ne? Hi. 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 Und auch einfach, und auch noch verlanzieren, ne? Die Armen. Oh Gott, was ist das denn da unten? OMG. Feuerbrüllt Rücken. Lol. Ein toter Sägezahn. Vielleicht hat Sona ihn erledigt. Sie könnte ganz in der Nähe sein. Oh oh. Hallo. Ich habe sie gefunden. Dein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Ähm, dann bist du Kriegsherrin Sona? Val hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt bestens. Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke. Keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Ach. Verlass dich drauf. Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Auf der anderen Seite dieses Bergs graben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Die Sünden der Alten sind doch begraben. Verderber, Dämonen. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Dein Mutters Wacht. Geweigt aber auch. Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Untertitelung. BR 2018 Boah. Oh, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken. Feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. So, das kann ich nicht. Das kann ich machen. Ah, schaden, dass ich die Sprengenfallen nicht machen kann. Das störe die Lohre Behälter. Dann versuchen wir erstmal optimal zu machen. ... ... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Erstmal alle Makie. Gold. 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 Das Problem hier gerade ist, wenn ich den töte, also den vor mir, dann wird es der sehen. Wenn ich den töte, dann wird der das sehen. Dann werde ich mal versuchen, den nicht zu töten, sondern einfach so an dir vorbeizugehen. Warte mal. 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 Wenn ich die zerstöre. Schenk mir keine Beachtung. So, wieso war das kein stiller Schlag, hä? Warum war das kein stiller Schlag? Hä? Okay, also, ähm, ja. Aber wie soll ich die denn zerstören? Hier, ich bin mit Absicht jetzt, äh, aber wie soll ich die denn zerstören? Hm. Neuer Behälter. Hochrang zähnlich. Okay. Okay. Ja. Oh. 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 Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ich kann halt auch die die leichen nicht wegbringen das ist das problem ok gut auf jeden fall würde ich sagen machen wir das dann das nächste mal oder nächstes mal werden wir das schön ordentlich machen ohne aufzufallen das glaube ich selbst nicht und dann würde ich sagen dann vielen dank für es zu sehen und ja sorry für die die hohe sterbe rate gerade aber genau wie gesagt jetzt werden wir das ganze besser machen bis dann